Wir freuen uns, wenn Donald Trump in Kürze im November amerikanischer Präsident wird und diese unsägliche Hillary Clinton. Hillary ist Hillary. Hillary ist Hitler. Wenn der endlich das Lachen vergeht. Und wenn Hillary geschlagen wird, dann wird auch Merkel geschlagen, denn Hillary und Angela, das ist wie Nitro und Glycerin, das ist die gefährlichste Frauenpackung, die es auf der Welt gibt. Und ich will diese beiden gefährlichen Beiber am Wahlabend der amerikanischen Präsidentschaftswahl, die will ich in Tränen sehen. Und egal was Trump da durchsitzt, Hauptsache er wiederholt seinen Ausspruch, dass Merkel eine irrsinnige Politik macht. Das würde mir schon genügen.